Die meisten haben einen Blick, als ob sie von etwas im Trieben wären. Nein! Verstehen! Manchmal spüren sie rote Fäder. Am schlimmsten sind die, die sich schon nach 5 Minuten nicht mehr daran erinnern können, dass sie mich noch gerade beschumpfen haben. Das war ich, der Leibhaftige. Ich bin Esther. Ich bin 25 Jahre alt. Mein Name ist Jamal. Damit wird er uns Angst reinjagen, oder? Wir kommen doch hier wieder raus. Wir sind hier. Es sind noch drei Monate bis zum Diplom. Wir sind hier, um Mutproben zu machen. Ich weiß nicht, was er hier tut. Leute, können wir das bitte abbrechen? Ja! Ey, gib mir den Schlüssel! Ich weiß überhaupt nicht, was er hier tut! Du hast jetzt weniger Angst vor Engräumen. Hallo! Hilfe! Was? Hilfe! Wir dürfen hier überhaupt nicht sein. Ich würde es nicht verlieren! Ich würde es nicht verlieren! Nein! 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 Nein!